Aber das war schön. Jetzt muss ich mal hier gucken kommen. So viele Leute. So viele Leute und so hübschen Jungs hier hinten. Da habt ihr Schweine. Ich wollte schon viel eher mal hier gucken kommen, aber die kommen dann zu Hause durcheinander, weil die immer die Ohren umstellen. Bei euch hier auch? Hab ich dich geweckt? Mal werden die vorgestellt, dann werden die zurückgestellt, kommen die Ohren mal durcheinander. Und die mussten jetzt auch Strafe zahlen, weil die Ohren umgestellt werden. Die haben die Gas- und die Wasserohre auch umgestellt. Aber ich muss mich erstmal nochmal richtig schön vorstellen. Ich bin die Friedlinge und ich bin vier Jahre alt. Dankeschön. Dankeschön. Weißt du, was ich werden will? Fünf. Ganz einfach nur. Ich habe überlegt, wenn ich mal richtig groß bin, wenn ich einen Busen kriege, werde ich Mutti. Und wenn ich keinen Busen kriege, werde ich Lehrer ringen. Was lass denn du da? Ich bin gerne immer bei der Oma und beim Opa. Und wo ich dort war, ist die Leiter am Haus umgefallen. Und da bin ich reingerannt. Da habe ich gerufen, Obi, Obi, die Leiter ist umgefallen. Sag ich so, ist ne Opa? Ich sag, der weißes, der hängt an der Dachinne. Aber jetzt muss ich mal fragen, habt ihr heute schon mal so schön mitgesummiert? Das ist da prima. Und ich habe nämlich euch ein schönes Lied jetzt mitgebracht. Da habe ich extra ganz alleine gedichtet. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr ein bisschen mitmacht. Also wenigstens summt. Summen wie die Bienen. Könnt ihr das? Irgendwie freue ich mich, wenn ihr ein bisschen mitmacht. Das Lied handelt von der Schokolade. Und ihr kennt das Lied alle. Und deshalb könnt ihr klein mitzummen. Lass mich schon hängen. Das machen wir jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt fällst du wieder. Und wir summen. Ich höre nichts. Ich hab immer Hunger, egal wo ich bin. Ich bin so verfressen, es macht keinen Sinn. Wie eine Pumpe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Dann geh ich auf Suche, schau in jeden Schrank. Ich brauch Schokolade, sonst werde ich krank. Ich bin so verzweifelt, drum sing ich das Lied. Und hoffe, dass was geschieht. Lied und Summen bringst mir viel Schokolade mit. Lässt sie ich für euch2021 den Hit. Oh, dann ist es schön, die ist in mir, aber brauch diese tolle Platschen, da kommt die ganze schlechte Luft hervor, hab doch allgemein, jetzt ist die Pause, die haben, nein, noch nicht, ist keine Pause, da kann ich die noch nicht rausschicken, wenn ich es jetzt rausgeschickt hätte, hätten die alle nicht spielen müssen, das ist allgemein, nein, das mach ich nicht, das mach ich nicht, aber ich muss nämlich mal nach der Oma gucken, weil meine Oma ist nämlich heute Woche, ich seh die gerne, und vielleicht komm ich dann nochmal wieder, he? Dankeschön! Äh, sind die noch alle da, das Fenst ein, he? Oh, so schöne Musik, also Hitze werden ja schon ausgezogen, wir waren jetzt mal auch in der Sauna, da waren wir mit der Mutti in der Frauensauna, war der schon mal in der Sauna? Da hat mich abends der Papi ausgefragt, der sagt was schön in der Sauna, ja Papi, waren viele Frauen, ja Papi, hübsche Frauen, ja Papi, hatten die mehr Busen als die Mutti? Sagen ja auch bloß zwei, ach, und ihr da vorne, habt ihr einen Garten, hat jemand einen Garten, wenn du im Wald wohnst, kennst du dich aus, he? Habt ihr im Garten, siehst du, und da, weißt du, da kennst du dich aus, im Garten muss der Boden immer locker sein, siehst du, und da braucht man, da hab ich von dich was mitgebracht, kannst du von mir trinken, paar Würmer. Was, dann hast du schon welche, ne, he? Wenn du jetzt keine Zeit hast, die eingebuddelt, musst du mittlerweile einfristen. Und die Hütten, die gucken auch so hungrig, he? Schau, ey, sag, guck mal, hier was Schönes, hopps, das passt auch zur Bluse, ne? Sagen mal, Tante, wird bei euch bei Tisch gebetet? Naja. Na, bei uns los, wenn's Pölze gibt. Kannst du auch nicht. Da könnt und dschummeln, hab ich gesagt, aber müsst ihr schneller dschummeln. Bei uns vom Haus, da gibt es eine Straßenkreuzung, dann fahren sie hin und her oder fliegen rechts und links rum. Doch vor 14 Tagen hat man Apfel aufgestellt, seitdem ist das für mich der schönste Platz auf dieser Welt. Mein Papa hat sich aufgeregt, die Ampel hat jetzt weg. Warum hier so der Ampel ist, hab ich jetzt entdeckt. Alle haben die Finger in der Nase, doch dann wird wieder grün. Ja, alle haben die Finger in der Nase, doch dann wird wieder grün. Das ist jetzt eine Römer auf die Bühne, hä? Sagen wir mal. Aber ich muss wieder zu Omi gehen. Die hat nämlich gesagt, bleib nicht so lange. Aber weil ihr so lieb seid, da sag ich mal, mein Geheimnis. Hast du auch ein Geheimnis? Sagst du's? Jetzt ist die O-Box. Ich sag's, weil die so lieb gucken. Ich hab jetzt auch einen Freund. Der Fünfer. Und deshalb gibt es seit dem nicht.